Musik Moin, heute ist mal wieder Zeit für ein kleines Spiel. Ich hatte zu Halloween ja schon mal ein kleines Suchspiel für euch gemacht, wo ihr Geister finden solltet. Und das gleiche machen wir jetzt nur mit Schneemännern. Ihr müsst also während ich das Rennen hier reite, die versteckten Schneemänner suchen. Am Ende des Videos werde ich auflösen, wie viele Schneemänner versteckt sind. Dann kann ich euch nur sagen, viel Spaß beim Rennen und Suchen. Los geht's! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So ihr Lieben, das Rennen ist vorbei. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, die Schneemänner zu suchen. Ja, wie viele Schneemänner habe ich denn nun versteckt? Es waren genau 10 Schneemänner, die ihr finden konntet. Und? Habt ihr sie alle gefunden? Das war mein kleines Video für euch von der Schneemänner-Suche. Wenn euch meine Videos gefallen, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr auch meinen Kanal abonniert. Wir sehen uns im nächsten Video, eure Leia.